Ex-NFL-Star Jesse Lemony verstirbt nur 25 Jahren. Die Sportwelt trauert um Jesse Lemony. Der US-Amerikaner war ein erfolgreicher American Football-Spieler. Er hatte seine Karriere bei den Liberty Flames an der Liberty Universität in Linsburg im US-Bundesstaat Virginia gestartet. Über Stationen bei den Los Angeles Cargars, den Detroit-Leon und den Arizona Cardinals. Stand er zuletzt bei den Birmingham Stadionsuntervertrag. Jetzt ist Jesse unerwartet mit nur 25 Jahren verstorben. Das US-Medium ESPN bestätigte den Tod des Sportlers. Der Spielerberater des Verstorbenen teilte ein weiteres besonders tragisches Detail mit. Die Partnerin des Footballers erwarte momentan offenbar ein Kind von dem Verstorbenen. Die genaue Todesursache wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben. Viele seiner ehemaligen Vereine meldeten sich zu Jesse's frühem Ableben zu Wort. Die La Cargas schrieben auf Twitter, er ist zu früh gegangen. Unsere Herzen sind bei Jesse's Familie. Freunden und Liebsten. Die Leons ließen in einer Erklärung verlauten, wir sind schockiert und traurig. Vom Tod des ehemaligen Detroit Leons Jesse Lemony zu erfahren. Anführungszeichen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.